Ein Strahlen ist das Schönste, was du tragen kannst. Wir möchten einen Ort, an dem sich unsere Patienten wohlfühlen, an dem Zahnmedizin so praktiziert wird, wie wir uns das vorstellen. Größte Sorgfalt, Präzision, Liebe zum Handwerk, Liebe zum Detail und vor allem, sich auf die Menschen einzulassen. Wir möchten unsere Patienten so behandeln, wie wir selbst gerne behandelt werden möchten. Ich arbeite hier sehr, sehr gerne, weil man nie das Gefühl hat, man geht zur Arbeit und muss da seine Stunden runterarbeiten, sondern man ist quasi hier wie im zweiten Zuhause. Wir sind ein ziemlich gutes Team und das hat auch den Vorteil, dass aufgrund unserer unterschiedlichen Spezialisierung wir uns in unserem Behandlungsspektrum wunderbar ergänzen. Aufgrund der Tatsache, dass wir uns ständig austauschen, dass wir uns auch in den Fällen beraten, auch patientenbezogen beraten, können wir dadurch den Patienten auch die bestmögliche Behandlung zukommen lassen. Wir sind eine moderne Praxis. Technologie ist uns natürlich wichtig. Angefangen beim Röntgenbild, 3D-Aufnahmen, intraoralen Scans. Durch die dreidimensionale Bildgebung können wir eventuelle chronische Entzündungen, die man sonst gar nicht erkennen würde, darstellen, beurteilen und letzten Endes dann auch therapieren. Qualität ist außerordentlich wichtig und um das zu gewährleisten, arbeiten wir ausschließlich mit deutschen Meisterlaboren zusammen. Uns ist es wichtig zu zeigen, dass hinter jedem Lächeln auch ein individueller Mensch steckt, der individuelle Bedürfnisse hat und auch individuelle Anforderungen. Das ist ja auch genau das, was unseren Beruf so spannend macht, dass eigentlich jede Behandlung an sich immer wieder anders abläuft. Wir nehmen uns besonders viel Zeit für die Aufklärungsgespräche. Das ist einfach super wichtig, um sich auch wohlzufühlen als Patient. Dass man zu jeder Zeit weiß, was passiert, wann es passiert und warum es passiert. Und deswegen wird Transparenz bei uns großgeschrieben. Wenn man seinen Patienten die Angst nehmen kann, wenn man merkt, dass die Leute Vertrauen schöpfen und der Zahnarztbesuch nicht mehr mit Stress, sondern sogar mit Wohlfühlen verbunden sein kann. Das ist für uns am Ende der größte Lohn. Mein Name ist Emilia Kalinowski. Ich bin Christian Klees. Und wir sind Strahlemann. Ich bin Christian Klees.